Einen Rang 35 Squeak droppen und zwar nicht auf unter 1000, nicht auf unter 500, sondern auf 0 Pokale. Wir sind gerade auf 50 Pokale und das allerletzte Game kommt jetzt. Hoffen wir darauf, dass die Gegner uns möglichst schnell killen und oh mein Gott, das finale Game, Freunde. Oh, ein Kind. Ja Mann, und da haben wir es geschafft. Du wirst.